Ihre Bestellung bitte. Eine brandneue Episode von Ein Klick, Zwei Spaß, dem einzigen Format auf YouTube, gegen das im Kontrast Mathehausaufgaben wieder ziemlich spaßig aussehen, kommt sofort. Läcker! Hallo! Meine sich hoffentlich zum Oktoberfest nicht ganz so hart betrinkenden Weißwurstfinger. Ich bin hier schon hart am Packen, hart am Kacken. Ich bin jetzt einfach nur froh, noch ein paar Videos zu schaffen. Wie gesagt, zwei in einem, ja? Ihr müsst das Video also mit zwei Accounts auch entsprechend liken, sonst geht für mich die Rechnung nicht auf. Schade, schade, schade. Fangen wir an und wir beginnen mit The Prototype. Der Prototyp. Ich hab eigentlich gedacht, dass beim Öffnen dieses Spiels ein Bild von mir erscheint. Ich bin ein wenig entrüstet, aber vielleicht gibt sich das ja noch im Verlauf dieses Horror Games. Eigentum von Pandemonium Technologies Incorporated. Dieses Videotape ist nur für das Personal von Pandemonium Technologies Incorporated gedacht. Cool. Na dann bin ich ja froh, dass eure Sicherheitsvorkehrungen so effizient funktionieren und dass auf keinen Fall einem rothaarigen Spinner in die Hände fällt, nicht wahr? Ich werde jetzt eine Reihe von Befehlen ausgeben, standardisiert, um den Entwicklungsstand von Dings zu überprüfen. Wähle normal aus, wenn der Prototyp korrekt geantwortet hat. Wähle nicht normal, falls nicht. Nicht normal, nicht normal! Inflate hier. Hier aufblasen. Kann ich das woanders draufschreiben? Okay. Weiß ich jetzt nicht, Alter. Entertainment? Wir werden sehen. Was stand da gerade? Moment. Entschuldigung? Was ist die Kundenerfahrung? Armbereich. Alright. Die stimulieren jetzt seinen Arm. Ich habe dafür nicht unterschrieben, okay? Wir spielen ihm eine Melodie der kleinsten Flöte der Welt. Der Arm rechts sollte nach oben sein. Okay. Ja. Also der Arm zu meiner oder seiner Rechten ist wahrscheinlich egal. Es sind beide oben. Right? Ja, sieht so aus. Er macht ja so. Ich dachte jetzt erst, er hat vier Arme oder so. Und mit den anderen beiden... Naja. Egal. Normal. Cool. Kann als deine Familie fungieren. Wie verzweifelt musst du sein? Ich meine gut, es gibt ja auch Leute, die ihr Baby mit... einem Rottweiler oder sowas alleine lassen. Also insofern... Die kaufen sich das Ding. Das ist genau die Zielgruppe. I don't joke. His arm to your left should remain raised. Der Arm zu meiner Link... Also von mir aus links. Ja, es sind ja... Es sind ja beide oben, ne? Auch normal. Kopfbereich. Boah, ich liebe sowas, Alter. Ich finde das cool. Oh nein, nicht Kopfbereich, Alter. Wir kommen das... Gefährlich nah an die Zähne heran. Ich mag das nicht. Hm. Die wollen mich immer aufessen, Alter. Die Animatronics. Das kenne ich... Mittlerweile habe ich das kapiert. Tilting to your right. Ja. Okay. Sein Kopf ist mir gegenüber nach rechts geneigt. Also von meiner Position aus. Das ist normal. Ab wann wird es hier nicht normal? Es wird doch irgendwann nicht normal, oder? Boah, Alter. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Nach links. Ja. Auch korrekt. Augenbereich. Augenbereich. Ich weiß gar nicht. Hatte der die geschlossen, oder? Kann ich gar nichts sagen. Weil es halt so dunkel ist. Das erinnert mich übelst an diese FNAF-Interview-Tapes, ey. Ich weiß, das sieht disgusting aus. Aber ich kann euch versichern, es ist nicht abgelaufene Milch. Aber woher wisst ihr das? Er sollte nach rechts gucken. Oh mein Gott. Kann ich ihm da bitte irgendwas zu spielen reinlegen? Da sieht es so unzufrieden aus. Hide the pain prototype, Alter. Okay. Er guckt nach rechts, ja? Ey, ist ja peinlich, wenn ich rechts und links vorweg. Das wird mir irgendwann mal noch passieren. Und dann tue ich das Falsche und dann bin ich hier starben, leider. Äh. Oh. Okay. Was war das jetzt? Es fängt an, wenig merkwürdig zu werden. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Der müsste wahrscheinlich nach links gucken. Ja. You should be looking to your left. Auch das ist richtig. Irgendwie sieht er, wenn er nach links guckt, ein wenig glücklicher aus. Vielleicht sollte ich hier, hier in der Ecke bleiben, sag ich mal. Und nicht, äh, rüber wandern. Und nun? He should be looking. Oh Gott. Oh Gott, es geht los. Die Spiele sind oft halt so clever, Alter. Normal. Er guckt hier offensichtlich. Gefällt ihm, was er da sieht. Das ist die andere Frage. Oh, der singt. Stimmt. Das haben sie ja gesagt. Wenn er nicht richtig antwortet, wenn er nicht richtig antwortet, Daisy Bell. Well, hey there. Sure. Oh Gott. Daisy, Daisy, give me your answer, do. Oh Gott. Stellt euch vor, er singt das, während er dir das Küchenmesser 37 Mal in die Brust rannt. Ähm, er hat ja normal reagiert, es geht um seine Reaktion, oder? Es gibt übrigens nur ein Ending, es ist wahrscheinlich egal, was ich mache. Also das weiß ich, weil das in der Beschreibung von dem Spiel stand. Äh, äh, ich vermute nur ein Problem mit den Lautsprechern, so, warte mal, ich, ja, irgendwas ist halt da falsch, ne? Not normal. From playing in two, one. Please sing, happy birthday. Mhm, 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 mhm. Well, hey there, sure. And now, for the moment, you've all been waiting for... YouTube-Kacke hat jemand aus ihm geschnitten. Well, hey there, kids, it's me, Gozo, your favorite Clown. Who wants to see a magic trick? Ich! Also, er hat so ein Geburtstagsprogramm, oder was? Muss ich mitsingen? Ähm, okay, I mean... Warum guckt der nach rechts? Boah, ich weiß jetzt nicht. Sollte er nicht eigentlich singen? Irgendwas ist komisch, Alter. Irgendwas stimmt nicht mit dem. Oh Gott. Help. Antworten auf Konversation. Ja, alles klar. Standardfragen. Gut. Ich ver... Ich bin gespannt, was er antwortet. I know. Well, hey there, hey there. Ähm... Bisschen holprig? Aber... Will ich das andere als nicht normal gekennzeichnet haben, muss ich das eigentlich auch als nicht normal kennzeichnen. Er hat das wieder... Ich mach mal nicht normal. Ich mach mal nicht normal. Das war normal. Was bist du? Ich bin ein elektronischer Puppet, aber ich bin ein smarterer. Ja? Ich stelle das auch nicht in Frage. Haben sich seine Augen gerade bewegt eigentlich? Oh! Normal. Er ist immerhin selbstbewusst. I was created to sing, make jokes, and so much more. I am a talking companion intended for all ages. I can be your family, your friend, your... Entertainment? Not normal. Er hat ein Wort nicht gesagt. Erzähl mir einen Witz. Why? Because it was feeling crummy. Oh, no! Oh, God! Oh, okay. Das ist ein Wortwitz, das kann man nicht übersetzen. Warum geht er ja Cupcake zum Doktor? Weil er sich krümelig fühlt vielleicht. Ja, es geht. Aber das macht in Deutsch halt keinen Sinn. Äh... Ja, er hat einen Witz erzählt, ne? War halt ein schlechter. So hat sich die Haare rot wir haben und einen YouTube-Kanal aufmachen. Was für ein Tape benutzt ein Kidnapper? Was für ein Band? Was für ein Klebeband? Das war der Witz? Das ist durchaus mein Humor. Not normal. Not normal. Sagt sie ihm nicht. Warum kommst du nicht nach Hause, Dad? Was für ein? Was für ein Baum ist? Vielleicht ist er mal Pipi gegangen. Muss er pipi? Um vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft zu sein, wird pipi gemusst. Dude. Ist da eine Geburtstagsparty drüben auf der anderen Straßenseite? Das ist die traurigste Party, die ich jemals gesehen habe. Chris, schau! Sie haben einen Clown und alles. Du denkst, dieser Typ hat eine Familie? Vielleicht hat er eine sterbende Clownfrau oder so. Du Arsch. Er hat sich ganz schön zurückgelegt mit den Ballon-Tieren und so. Also jemand beobachtet gerade diese Birthday-Szenerie. Ich meine, der hat einen gemacht, ne? Ich kann es jetzt nicht beurteilen, ob es ein Hund ist, aber es geht als Hund durch. Ich würde sogar meine Kinder mit ihm aneilen. Ich habe Cole von der Schule abgeholt. Der Kind war sehr hungry, also wir waren zum Hardys für Essen. Wo bist du? Wo bist du? Also ich habe Cole abgeholt. Wir gehen essen. Du musst nichts von der Geburtstagsparty mitbringen. Also kein Kuchen oder so. Es ist 9 Uhr. Wo bist du? Ah, nicht normal. Cole gibt den Pager nicht der Polizei, weil das Einzige ist, was ihn an ihn. Ist es Dad? Du bist von einer Männerstimme vorgelesen. Wo bist du? Ich hoffe, dass du nur mit dem Geburtstagskind mit dem Geburtstagskind mit dem Geburtstagskind mit dem Geburtstagskind Ah, das ist... Okay. Ich kann nur hoffen, dass du mit der Mutter von dem Geburtstagskind durchgebrannt bist. Rick. Nick. Nick Miller. Irgendwas ist auf der Geburtstagsfeier passiert, oder? Oh, mit dem... Ich habe den Job gesehen. Aber was war der Job? Merkwürdige Berufe. Was für? Okay, der ist ein Clown auf einer Geburtstagsparty. Ist das... Was ist da passiert? Sie sind angestellt. Sie sind angestellt. Sie sind angestellt. Oh, die haben den Vater angestellt. Die haben den irgendwie da reinverwurstet. Und zwar nicht nur die Stimme. Wann fange ich an? Was ist da drin? Let me go! I will tell everyone what I can do here! I will tell! I swear! Please! Yeah! It hurts! It hurts! Fuck! It hurts! What the fuck are you doing to me? Oh Gott. Oh mein Gott, er ist da drin! What the fuck? Um ihn zu testen. Hallo. Hallo. Das bricht irgendwann wieder durch, ne? Boah, das war schon gruselig, ey. Erinnerst du dich, wer du bist? Erinnerst du dich, wer du bist? Happy Birthday. I'm in heaven. Oh Gott, oh Gott. Also ich muss die Musik mit Sicherheit ersetzen. Ei, 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 ei. Okay, ich bin gespannt. Passiert noch irgendwas? Ja, okay, es fängt nur wieder an. Ja, äh, definitiv cooles Ende, ey. Krass gemacht, muss ich sagen. Ich hätte nicht erwartet, dass das noch so Fahrt aufnimmt. Nice. Und wo wir gerade bei gruselig waren, weiter geht's mit Night People, Nachtmenschen, wovon auch einige unter euch sein werden, wenn ich mir euer Schauverhalten in meinen Statistiken so anschaue. Ja, ich hab euch erwischt. Ihr könnt mir nicht entkommen. Tag und Nacht hab ich sie an der Angel. Früher waren es die Gameboy Advance, die schnell unterm Kopfkissen verbuddelt wurden, wenn die Mutter reinkam, um zu schauen, ob ihr schon schlaft. Heute ist es vermutlich ein Handy. Vielleicht mit meiner Fratze drauf. Ich fühl mich sehr geehrt, lasst mich allerdings an sonstigen Gelegenheiten aus eurem Schlafzimmer raus, bitte. Ein Gauner ist mit 25.000 Dollar entkommen. Die Polizei hat ihn verfolgt und, äh, oder festgesetzt und um zu entkommen, hat er sich in einem verlassenen Gebäude versteckt. Tage später wurde seine Leiche gefunden. Aber sein Kopf und das Geld nicht. Die Protagonisten dieses Games entschieden sich, diesen Ort zu besuchen, um das Geld zu finden. Ob, was ist mit dem Kopf, Alter? Ja, da kriegt man wieder keine Beachtung. Mein Gott, es zählen doch die Innere... Also, es zählen die... Also, es zählen... Ach, irgendwelche Werte zählen schon, oder was? Gut. Und die Polizei? Wie lange hat die gebraucht, da hinterher zu kommen? Find the money, okay. Na gut. Money, zero K. Ich hab 0,25 K. Ist das hier verstreut? Oh, no way. Ich soll 25... Es ist too dark, ja. Hab ich mir gedacht. Ich bin halt einfach so ein Genie, ne? Ich geh in dieses verlassene Gebäude bei Nacht ohne Lampe. Wo ein enthaupteter Typ gefunden wurde nach Tagen. Also, alles daran zeugt von einem unglaublich fetten Gehirn. Wenn ihr mich fragt. So. Was haben wir hier? Attention, attention. Die Bendor-Familie. Aha. Sie leben... In einem verlassenen Ort. Ha, ha, ha. Natürlich. Also, wie verlassen ist dieser Ort, wenn die Bendor-Familie dort lebt? Keine Ahnung. Außerdem heißt der Bador nicht Bendor. Äh, sie wurden in der Nacht gesehen. Sie haben eine Sekte gegründet namens Night People. Ach, loo, ich dachte. Meine Süßen. Wo seid ihr? Komme ich hier nicht weiter? Äh. Wieso aber nicht? Aber ich will. Hab ich halt wirklich keine Lampe mit? What's going on, Alter? Oh. Auf einmal ist es nicht mehr dunkel. Ach so. Ach, Moment. Das hab ich gar nicht gesehen dort. Entschuldigung. Diese Treppe hat nur zur Story geführt. Okay. Hallöchen. Was ist da? Geld oder Kopf? Die Wetten laufen, Freunde. Jetzt in die Kommentare. Okay. Wettbüro ist geschlossen. Es ist... Es ist... Also... Ich... Ich... Verzeiht bitte. Das hatte ich nicht auf der Liste. Das ist meine Schuld. Das tut mir leid. Ja, mit sowas recht ist es halt auch einfach der... Oh, mein Gott. Nicer Augenabstand. Ähm. Ich will sie nicht behelligen. Sagen sie mir nur, wo die 25k sind. Und dass ich meinen Kopf behalten darf. Mehr will ich nicht. Äh. Ja, schön. 25.000. Sind wir hier bei Trimax im Stream, oder was? So. Ich kann, by the way, nicht rennen. Also meine Oberschenkel funktionieren auch nicht. Beste Voraussetzung. Einfach spitzenmäßig. Hablula! Oh! Was zur Hölle? Oh Gott, das ist ja... Das ist hier ja... Mensch, also... Also ich muss schon sagen... Grundgültiger und wichtig können 25.000 Dollar sein. Wobei... Wobei... Ah! Scheiß drauf! Scheiß drauf! Ich füll den Lotterschein aus! Nope! Ich soll... Okay. Ähm. Naja. Was soll ich dazu sagen, ne? Ähm. Vorab. Ich hab fast den Schluck aufgekriegt. Schluck auf durch Jumpscare wäre auch ein geiler Titel. Uiuiuiuiui. Ähm. Ich brauch irgendwas, um diese Bretter da einzureißen, schätze ich mal. Zum Beispiel? Oh mein Gott! Entschuldigen Sie, haben Sie zu... Fällig 10.000 Dollar? Oh, oh. Das trifft sich aber gut. Die wollte ich grad noch loswerden. Na schön. Vielen lieben Dank. Äh. Hi, Bro. Dort. Ähm. Ich werd da ganz gewiss nicht meinen Kopf hinlegen. Auch wenn Sie es noch so wollen. Warum sind Sie hier eingeschwerbt, Alter? Haben Sie kaum die Mehlklaut. Oder irgendjemandes Kopf. Man weiß es nicht. Es ist auch egal. Die Strafe scheint dieselbe zu sein. So gibt's hier bei euch Leuten vielleicht irgendwo ne Axt. Ich trau mich nicht hochzugucken, weil YouTube mich sonst verklagt. Angezeigt. Steckt die irgendwen im Kopf? Moment. Na, 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 na. Das sind Mannequins, YouTube. Macht euch mal keine Sorgen. Oh. Die haben da Puppen aufgehangen. Die haben die gewaschen und dann zum Trocknen dahin gehangen. Genau. Das ist der Kontext. Au. Aus, Bello. Aus. Der ist aber unerzogen. So, was ist hier? Eine Person, die der Bendow-Familie vertraut ist, wurde gefangen genommen. Er ist Mitglied der Night People. Mensch, jetzt halt doch mal deine Schnauze. Im wahrsten Sinne des Wortes. Während der Befragung hat er eine Serie von absurden Events benannt. Ich weiß nicht, was ihr meint. Anders scheint hier ziemlich normal zu sein. Ich habe noch keine Ahnung, was jetzt von mir erwartet wird. Also, ich habe halt auch noch keine Axt gefunden oder sowas in der Art. Seid ihr noch da? Ich hebe die hängen noch ab. Alrighty. Äh. Hm. Ich habe das Gefühl, ich soll schon irgendwie irgendwas haben. Aber. Nee, vermutlich muss ich erst eine Axt aufnehmen. Und dann ist dieser Typ da weg, ne? Ey, so wird es sein. Alles klar. Ich finde das cool, dass die sich schon mal gleich verpissen. Ah. Ha! Aha! Very nice. So, die Tür ist wahrscheinlich ein Shortcut zu dem anderen Bereich da. Ich glaube, wo der Hund ist, oder? Ah! Nein, definitiv kein Hund. Absolut kein Hund irgendwo zu bemerken. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Ich habe hier noch nie einen Hund gesehen. Und wenn, dann würde ich euch Bescheid sagen. Ähm. Wow. Ach. 20k. Ich könnte mich jetzt verpissen. Aber auf die 5, auf die bestehe ich scheinbar noch. So, was sind die denn hier? Oh, geil. Da war gerade so ein Audio-Loop. Habt ihr das, habt ihr das bemerkt? Diese, dieses Hintergrund. Maulen. Das hat, das hat einfach neu angesetzt. Weil der Track zu Ende war. Ach, verdammt. Der Spieler sollte doch in 3 Minuten fertig sein. Was ist denn Karin jetzt bitte so kompliziert? Scheiße. Die haben es bemerkt. Ja. 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 Diggy. Ich probiere halt auch gar nicht die Klinken, ne? Wieso eigentlich nicht? Warum nehme ich nur das an, bis man auf dem Silbertablett serviert wird? Ich fass es nicht. Okay. Jetzt halt wieder hoch. Spiel mal PT. Ist mir auch real. Hauptsache Jumpscare. Nein. Keine Jumpscares mehr. Nase jetzt voll. Das ist meine Nase und die ist voll. Oh. Ah ja. Stimmt. Okay. Ähm. Hm. Oh. Vielleicht. Warte mal. Äh. Da drüben konnte ich ja relativ gut drüber schauen. Vielleicht. Kann ich damit irgendwie interagieren. Vielleicht kann ich irgendwie springen oder so. Ich kann nicht springen. Ich rede mir das nur ein. Damit ihr nicht denkt, ich komme irgendwie nicht weiter oder so. Mann. Aber wer hat denn von euch jetzt hier eine Axt? Keiner, Alter. Ihr seid mal vollkommen sinnlos. Sind das alles Verbrecher, die Geld geklaut haben? Mach jetzt das Brett hier auf. Mann. Alter. Ich ramme da durch, Alter. Wie ein Rhinozeros. Mal das Rot an. Ich setze Möhne auf. Und ab jetzt. Hul. Ah. Schade. Guck mir das blöd an. Das können gar nicht die Augen sein. Der hat sich hier zwei Lichter auf die Stirn geklebt. Links und rechts. Was ist mit dir los, Alter? Mensch, Frank. Such dir ein Hobby. Oh. Ach. Oh mein Gott. Die finalen Moneten, Alter. Leave the building. The key is the one of the apartments on the second floor. Come and get it. Als ob ich einen Schlüssel brauche. In Horrorgames brauche ich einen Schlüssel. Warum ist das auch so eine unrunde Summe? 25? Also, ja, eigentlich... Ja, eigentlich nicht, aber, äh... Warum nicht 30? Warum hatte jeder ein Bündel Geld mit 10k? Und der eine hatte nur fünf gekriegt. War da irgendwie... Weiß ich... Ist das der Letztgeborene oder was? Was ist eigentlich mit denen los? Sind die nicht ganz fertig? Hat das Menschenkopfhutten-Körperexperiment bei dem nicht funktioniert? Ja, so blaa. Okay. Ich würde mal zum Tierarzt gehen. Eine der Apartments. Ja, wahrscheinlich doch hier. Okay. Wir sparen uns das mit der Axt, ja? Verstehen. Da war ein Schlüssel scheinbar. Also, ich hatte Spaß. Ihr scheinbar auch. Okay, aber, ey, irgendwas kommt jetzt noch. Äh, äh... Oh mein Gott! Na, wohin denn? Junge, dann dreh mich doch nicht um. Okay, Moment. Ich habe nicht gedacht, dass man in dem Spiel sterben kann, um ehrlich zu sein. Als ob ich das schaffe, das aufzuschließen. Oh, das ist ja schade. Oh, das ist ja noch mehr schade. Kann ich hier einfach die Tür zu halten? Das würde viele meiner Probleme lösen. Äh, okay. Huh! Das hört sich so krass an wie ein Typ, der so tut, als wäre er ein Wolf. Vielleicht sollte ich mit einer Ladung medizinischem Fachpersonal wiederkommen oder so. Ach so, das Rolltor da wahrscheinlich. Yeah! Es geht zu und ich bin trotzdem tot, ne? Äh, die Bretter hier! Diese, Hornbach. Es gibt immer was zu tun. Hoi, hoi, Bibi, ey! Hopla! Wetten, ich sterbe jetzt trotzdem. Was ist denn? Drei. Zwei. Eins. Ich spiele den selben Song nochmal. Drei, zwei, eins. Haps! Mit einem Haps ist er im Mund. Ein Haps, 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 Haps. Okay. Ich dachte jetzt, da kommt was. Wer baut denn hier sowas? Nur bis 6 Uhr durchhalten. Oder so war das doch in Horrorspielen. Einfach nur bis 6 Uhr. Und dann sind alle Sorgen und Nöte vorbei. Wenn es so einfach wäre. Eingesperrt. Der als ob der da nicht rauskommt. Das war scheiß. Ey, tu nicht so. Hör auf zu spinnen. Die überraschendste Gassi-Tour, die du nicht machen wolltest. Ja, gut. Leute, wenn ich mal wieder jemanden finde, der mir in betrunkenem Zustand ein Spiel programmiert, dann lasse ich es euch wissen. Ich hoffe, ihr hattet Fun. Und wir sehen uns im nächsten Machwerk des LSD-Trips. Bis dahin und ciao.